Hallo und guten Tag und vielen Dank, dass Sie mein Video angucken. Mein Name ist Thies Hartmann, ich führe das Tresorfachgeschäft Hamburger Stahltresor seit bald 40 Jahren und stelle dabei immer mal wieder eine unserer sogenannten Sahnestücke vor. Wenn man uns die Videos ansieht, da sieht man so einige Tresore, die wir gestaltet haben, auch künstlerisch gestaltet haben, nach Motiven von Roy Lichtenstein oder den hatte ich auch vorgeführt, da haben wir so eine metallische Oberfläche aufgebracht. Das alles macht mein Freund Hermann Vogt, der Restaurateur, Brambauer, Vergolder ist und eben auch Künstler und der kann was. Und nun hat er wieder was besonders Schickes gemacht. Ich habe zu ihm gesagt, ich mag eigentlich die Bilder von Piet Mondrian gern. Das ist ein Künstler aus den 20er Jahren, der abstrakte Bilder gemacht hat, farbige Flächen und das hat er mal aufgenommen. Und da hat er eben diesen Schrank gemacht, der einfach ein Knaller ist, der mir unheimlich gut gefällt. Die Zusammensetzung der Farbflächen ist einfach großartig. Ganz tolles Ding, wenn ich ihn aufmache. Die Innenseite ist eben auch so gestaltet. Ein echtes Schmuckstück, ein Möbel, das ich mir am liebsten selbst ins Zimmer reinstellen möchte. Nagelneuer Tresor, so geliefert worden, bei ihm auf die Werkstatt gestellt worden. Dort hat er ihn geschliffen, vorbereitet, lackiert. Hat eine Sicherheitsstufe, Grad 2, ist Baujahr 2024. Ja, technisch und so, völlig das, was er noch haben will. Aber ein Hingucker, so ein Schrank hat niemand. Den wollte ich auch mal zeigen. Ein weiteres unserer Sahnesstücke. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Dankeschön. Dankeschön.